Entschuldigen Sie bitte, der Rauch stört mich ein wenig. Könnten Sie den Aschenbächer nicht woanders hinstellen? Das sind die Kriegsbräder, und ich habe euch verabschiedet! Die Arbeit unter dem Nabel, manchmal auch ein bisschen tiefer. Ich bin ein Train-Duck, um zu reduzieren zu einem Bump. Kommst du voran? Ja, Tante. Haben wir Fingerabdrücke? Mehr als genug. Andere Auffälligkeiten? Nur Putzspuren. Putzspuren? Die ist regelmäßig sauber gemacht worden. Das sind die Schmerabdrücke? Wir sind die Schmerabdrücke. Das sind die Schmerabdrücke? Wir sind die Schmerabdrücke, Herr. Wir sind dann von einem Lohnheim-Z taturiert! Wir werden von diesem Mann nicht mehr baut. Wir sind die Schmerabdrücke. Wir sind die Schmerabdrücke! Wir sind die Schmerabdrücke, Herr. Das ist wohl so. Wir sind die Schmerabdrücke. Wir sind die Schmerabdrücke, wenn wir angeben. Und ich darf gleich zu mir bitten. Gesa, bist du so lieb, kommst du zu mir. Herbert, bist du so lieb, kommst du zu mir. Gesa, wir machen den ausländischen Experte. Mit anderen Worten, du bist ein ausländischer Experte, aber aus welchem Land wirst du wohl kommen? Fragen wir mal unser Publikum, welche Sprache spricht unser ausländischer Experte? Arabisch? Nehmen wir doch Arabisch. Grüß euch. Erhebtet, erhebtet, blablabla, blablabla. Alal! Alal! Alalal! Kevin macht einen Film für die Aufnahmeprüfung in der Filmakademie. Und ich spiele darin die Hauptrolle. Ja, dann sind Sie ja in Kürze ein Weltstar. Darf ich um ein Autogramm bitten? Ja, Jeanette, das wäre wahnsinnig lieb. Ich hätte auch gerne ein Autogramm. Bitte, wenn es geht, auf den Unterarm mit einer kleinen Widmung meinem lieben Ex-Chef. Ja, na gerne. Ich habe nämlich der Frau Weber versprochen, dass ich alle Szenen mit ihren Werbeagenturen schicke. Ja, da werden Sie sich eine andere Kulisse suchen müssen. Hier wird ganz sicher nicht befindelt. Hoi, Kevin. Na, was macht deine Prüfungsarbeit? Kommst du voran? Ja, Tante. Ach, das ist Ihre Tante. Ja, dann filmen Sie, drehen Sie auf. Geht schon. Lieber Doktor, stört Sie doch nicht, wenn mein Neffe hier ein bisschen rumfilmt. Nein, aber überhaupt nicht. Genannt The Bull Gewicht 75 Stärken Knallquatschen von hinten Schwächern Keine dicke Brasilianerinnen Mojo Nobody fucking beats me Kampfruf Servus 92 Essen Stärken 4 2 5 2 7 5 8 6 5 100 61 61 cı 70